Oh mein Discord. Okay, okay, ich bin gespannt. Oh Gott, Leute, was erwartet mich jetzt? Okay, Vini. Hallo. Hallo. Hi, na? Hi. Was passiert hier? Was, was, was? What is going on? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Du musst, glaube ich, einen Discord-Pop-Up machen, weil ich mache eine Bildschirmübertragung, okay? Okay, okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, Chad, das ist, glaube ich, das Beste, was ich mein Leben je gesehen habe. Oh mein Gott, ich kriegst du kurz das jetzt? Ja, jetzt kann ich es sehen. Okay, okay, warte mal kurz. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Okay, okay. Also, das hier ist die Präsentation, warum an diesem Valentinstag dein Herz mir gehören sollte, aber ich habe nicht dich gemacht, sondern mein alter Ego. Also, für irgendwelche Rechtschaffeele oder sowas, ich habe nichts damit zu tun. Okay, okay. Wir machen ein kurzes Intro oder so, ja? Also, ich bin Österreicher, aber ich bin einer von der guten Sorte. Also, nicht der Typ hier, okay? Der da. Den da. Den nicht nur reden wir, okay? Ja, schieben wir hier weg, okay? Wir als Österreicher, wir sind so wie Deutsche, nur besser. Okay? Also, die meisten von uns. Dann, ich bin größer und älter als du, aber das weißt du ja schon. Das ist, das wollte ich actually löschen. Sorry. Dann, äh, ich habe für das Template hier 23 Euro ausgegeben. Nein. Nein, das ist ein Spaß. Ich bin Hackerman, ich habe mir die Trial-Version geholt. Aber ich muss die morgen zurückgeben, sonst zeigen die mich, glaube ich, an. Den vierten Punkt habe ich vergessen. Und das bin ich, wenn ich, wenn ich Sachen vergesse. Okay, das fühle ich. Okay. Das ist, ich kann nie mehr. Ich heule. Ich glaube, ich glaube, jetzt weißt du circa so, äh, wer ich bin, okay? Ähm. Wo ist die da vorne nicht? Dann, äh, ich habe auch natürlich Astro-Logo eingebaut. Moment, das sollte nicht hier sein, okay. Ähm, ich, äh, also, ich habe Memes und, und, ähm, Wassermann und deswegen bin ich cool, okay? Aber du kennst dich da besser aus, glaube ich. Wassermann, also. Top-Notch. Genau. Okay. Ja, machen wir weiter. So, das bin, das bin ich in meinem Penthouse. Oh. Ich habe, ich habe, ähm, dort so Steppen, okay? Mhm. Mit so Geländer. Mhm. Und das ist voll das coole Penthouse. Das ist, nice. Ja. Ähm. Hol mich ab, hol mich ab. Dann, das bin ich bei der Arbeit. Oh ja. Also, ich arbeite auch. Oh, wirklich? Okay. Mhm. Das ist kein Problem. So, vielleicht, vielleicht eher so. Warte, okay. Ähm. Ja, richtig. Ja. Ähm. Und dann hier, das finde ich, wie ich deinen Alkoholpick reguliere. Ah, sehr gut. Und dann kümmere ich mich darum, ja? Richtig. Also, eigentlich musst du das so in der Animation hier so vorstellen, so, wenn du dann so ein Sprach getrunken hast, dann sieht das eher so aus. Ja, für Gott sagen, ein bisschen verschwommen dann. Okay. Aber ich weiß dann, wie ich war. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Auch sehr wichtig. Das ist mir auch sehr wichtig. Auf jeden Fall. So, und dann, ähm, was auch wichtig ist, also, ich bin ja so ein bisschen Kellerkind, Gamer-mäßig, ja, aber, äh, ich bin auch tageslichttauglich. Mhm. Also, das bin ich zwar normalerweise hier, wenn, wenn ich deine Eltern kennenlerne, dann kann ich auch so aussehen. Uh, der smarte Boy. Ja, ähm, wir, in verschiedenen Situationen einsetzbar. Genauso ist es. Wie Sie sagen. Versatil. Versatil einsetzbar. Okay. Und, äh, dann habe ich noch ein Gedicht vorbereitet. Okay. Ich bin nicht so der große Art der Gedichter, deswegen ist es ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, das ist okay. Und das ist, äh, Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Sei meine Frau. Und das ist Ende, weil ich muss jetzt WoW raiden gehen und diesen Boss hier töten. Meine Gilde wartet auf mich. Okay. Fendi, das ist das Schönste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich kann nicht mehr. Ähm, ich, also, ich muss sagen, du hast freigesprochen und ich fand's schön, dass du Bilder verwendet hast. Ich hab, ich hab die Quellenangabe vergessen, aber ich hab mich beeilt. Das ist so nice. Ich kann nicht mehr. Das ist 10 von 10, 15 Punkte. Bin ich ehrlich. Das, also, das ist, das ist es für mich. Ich kann nicht mehr. Sorry, was? Ja, ja, traumhaft. Ich, äh, bin von den Socken gehoben. Das, äh, ich muss mich ein bisschen entfassen gerade, das. Okay. Ist aber, ist aber okay, weil ich muss, ich muss, ich muss, ich muss wirklich Wehobie spielen. Du, okay, du musst wirklich, okay, okay. Ja, ich muss wirklich Wehobie spielen gehen. Okay. Warte, kannst du das sehen gerade? Meine Gilde braucht mich. Okay, du schaffst das, äh, ganz viel Spaß beim Gilden Sachen machen. Ich drück' dir die Daumen. That you can do it. Ich wünsch' dir noch viel Spaß beim Spremen. Ich bin, ich kann nicht mehr. I can't. Er hat einfach eine PowerPoint gepullt. Warte, eine PowerPoint. Ich kann nicht mehr. Und dann auch noch. Ich, ich bin, ich kann nicht mehr. Ich, Leute, die Menschen. Ich fand die Präsentation gut. Er hat freigesprochen und viel erklärt und mit Bildern gearbeitet. Ja. Allerdings finde ich den Hintergrund etwas zu schlicht und man hätte mehr ins Detail gehen können. Ja. Note 3. Leute, diese PowerPoint. Und ganz ehrlich, Mädels, da draußen, ne? Never settle for less. Never settle for less. Das kann ich euch nur mitgeben. Es gibt Männer da draußen, die machen für euch PowerPoint.